... Die Spannung steigt hier am nasser Rheiner Rennen, eine etwas off-piste. Wir haben ja sportliche Skilehrer, Snow-Sport-Lehrer. Jetzt kommen nochmals die Sankt-Antoner, Mike, Kamerawechsel, der Check von Sankt-Anton ist jetzt am Start. Die Sankt-Anton nach unten gefahren, endlich allerzeit mit Check und das Rennen. Nr. 86, Nr. 68, Christoph, 15, 15. Und dann! Fronis ist nicht der Hauptschuh. Jetzt noch Fronis. Grünfeld-Römen-Aussprecherstelle, oberhalb. Grünfeld-Römen-Aussprecherstelle, bis jetzt mit figurenissen Sie schon. Grünfeld-Römen-Aussprecherstelle. Grünfeld-Römen-Aussprecherstelle. Und letztlich, das bin ich, Naukern. Aminia, von Kürsten, gehen zu der Finish Line. Luka aus Deutschland ist nun der nächste Teilnehmer, da Stefan hat es ins Ziel geschafft mit einer fantastischen Zeit. Und Luca aus Deutschland, Mitte Nummer 13. Auch er schon im Mittelteil des wirklichlichen Penelthiten laufes vorbei beimywagnater Verein, wie lehlen Sie die Szene gerade, und dann wird es denn... Luca aus Deutschland. Und Moni Nazari aus Dänemark, geht zu den nächsten Teilnehmer, Mitte Nummer 94. Bistofa! Amelia! Amelia! Möller! Laura! 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 Oh, das ist ein bisschen. Oh, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ich kann mich nicht aus dem Spiel, nicht aus dem Spiel. Hacas! Ok, ein bisschen. Aufsteht von Jack, Einste Platz für Christoph. Einste Platz für Christoph. Ein Schiff. Ein Schiff. Das ist die nächste Platz für Samira. Und die andere Platz für Samira. Und die andere Platz für Samira. Das Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.